Ich begrüße insbesondere die Kinder und die Kindergärtnerinnen und ich bitte die Kinder einmal den Opa Eddie zu begrüßen, der dort immer hier alles super organisiert und super macht. Also einmal für alle, hallo Opa Eddie! So, wir machen es so wie im jeden Jahr, hier ist Kuchen, Kaffee, können da gerne hingehen. So, dann haben wir einige Spiele, einmal hier Bosenwerfe, hier haben wir Hula Hoop und hier Sackhüpfen und da einmal noch die Pedalos. Die Spielkarten sind jetzt hier vorne an der Tee. Ich wünsche euch viel Spaß und alles Gute ohne Fall der Züge. Sie sind hier, wo ihr da seid, wo ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dann haben die so eine Laufkarte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017